Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Chirurgie Appetizer Narbenhernie. Und die beiden wichtigsten Operationen sind hier auch bereits auf dem Titelblatt genannt, die Sublay Netzplastik und das laparoskopische IPOM. Sie lernen hier Inzidenz, Risikofaktoren und Klassifikation von Narbenhernien, die Netzpositionen, OP-Verfahren und hier insbesondere wie schon gesagt Sublay Netzplastik und das laparoskopische IPOM. Definition Narbenhernie, Englisch Incisional Hernia. Ein Bauchwandbruch im Bereich einer Laparotomie Narbe. Und das ist nicht so selten. Sie werden auf jeden Fall egal, wo Sie ärztlich tätig werden, Patienten sehen, die Narbenbrüche entwickelt haben nach einer vorangegangenen Laparotomie. Wie ist nochmal Hernie allgemein definiert? Drei Bestandteile wird häufig in den Prüfungen gefragt. Was sind die drei Bestandteile einer Hernie? Bruchforte, Bruchsack, Bruchinhalt. Und Bruchinhalt, das kann Momentum sein, das kann Darm sein. Und die Bruchforte ist meistens eine Lücke in der Faszie. Zur Häufigkeit der Narbenhernie hier eine systematische Übersicht und Meta-Analyse mit insgesamt 14.618 eingeschlossenen Patienten aus 56 randomisiert kontrollierten Studien. Und da errechnete sich eine Narbenhernie-Rate von 12,8%. Also ungefähr etwas mehr als jeder Zehnte entwickelt nach einer Mittellinien-Laparotomie, also Längsschnitt in der Medianen, eine Narbenhernie. Was sind die Risikofaktoren für Narbenhernie? Da ist auch einiges bekannt. Und zwar unterscheidet man chirurgisch-technische Faktoren, wie die Art des chirurgischen Zugangs, also ob man quer oder längs schneidet, und wie der Wundverschluss gemacht wird, Art des chirurgischen Wundverschlusses. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite auch patientenbezogene Faktoren, die Körpermaße, der Body Mass Index natürlich vor allen Dingen, aber auch Noxen, Rauchen, Kortison schwächt das Gewebe und die Komorbiditäten, Diabetes mellitus zum Beispiel, ist da an erster Stelle zu nennen. Und das sind die patientenbezogenen Faktoren, die zur Narbenhernie führen. So, jetzt ist Narbenhernie natürlich wie die Leistenhernie wiederum ein etwas anatomisch geprägtes Thema. Wir müssen ja wissen, wo wir jetzt unsere Netze hinbauen müssen am besten. Und deshalb brauchen wir die Anatomie der Bauchwand. Und der Mensch ist in Schichten aufgebaut. Die innere Schicht ist das Peritoneum. Innere Grenze zu den intestinalen Organen. Dann haben wir die Rektusscheide und zwar das hintere Blatt der Rektusscheide. Dann kommt das vordere Blatt der Rektusscheide. Dazwischen sitzen die Rektusmuskeln und lateral davon die schrägen Bauchmuskeln. Und die nächsten Schichten sind dann die Bauchdecke mit Haut und Subkutis. So, und wohin jetzt mit dem Netz bei der Narbenhernie? Und ich nenne es mal das Eimergleichnis. Mit dem Beispiel vom Eimer verstehen Sie es am besten. Ein haushaltsüblicher Eimer mit einem Loch. Und jetzt sollen Sie das Loch abdichten und Sie haben dafür eine Zeitung zur Verfügung. Wo tun Sie die Zeitung hin? In den Eimer? Legen Sie es von innen vor das Loch? Oder legen Sie es von außen vor das Loch? Von innen wäre Sublay, von außen Onlay. Wenn Sie die Zeitung innen reinlegen und dann Wasser reinfüllen, dann wird das Wasser die Zeitung andrücken. Und wenn Sie eine ausreichende Überlappung haben, wird gar nichts oder gar nicht so viel oder gar nichts durch das Loch nach außen laufen, weil der Druck im Eimer die Zeitung gescheit andrückt. Wenn Sie natürlich außen vor die Zeitung hinlegen, dann wird es sogleich natürlich weggespült werden, die Zeitung, weil der Druck natürlich voll auf das Loch geht und die Zeitung wegspült. Bei der Hernie wäre das das sogenannte Blowout-Rezidiv. Und deshalb soll man Netze nie auf ein Loch, sondern immer unter ein Loch legen. Und das Wasser, was im Eimer ist, das spiegelt in diesem Beispiel den intraabdominellen Druck wieder, weil wir haben im Bauchraum ja immer einen etwas erhöhten Druck. So und jetzt kommen wir zur bereits besprochenen Bauchwandanatomie zurück und bauen da unsere Netze ein. Dafür strecken wir das Modell ein bisschen. So, Schichten etwas auseinander geschoben. So und jetzt, das ist die Schicht, wo wir das Netz nicht hinbauen sollen. Wir sollen nicht auf das vordere Blatt der Rektusscheide, auf die äußere Faszie ein Netz aufbauen. Das ist nämlich Onlay und wenn da ein Loch in der Mittellinie in der Faszie drin ist, dann würde das Netz nach außen weggedrückt werden und es käme zum sogenannten Blowout-Rezidiv. Deshalb macht man kein Onlay. Das ist die richtige Schicht, Sublay, hinter den Rektussmuskel, vor das hintere Blatt der Rektusscheide. Auch das ist okay. Underlay, nur in diese Schicht kommt man mit einer Ausnahme nicht so besonders gut rein. Diese eine Ausnahme ist die Nabelhernie. Da nutzt man den Underlay-Raum bei der Underlay-Netzplastik bei der Nabelhernie. Und das ist etwas, was auch bei Narbenherrnien gemacht wird. Das werden wir uns gleich im Detail anschauen. Das IPOM, meist auf laparoskopischem Wege. Laparoskopisches IPOM kann man natürlich auch offen machen, wird aber seltener gemacht. Das ist das intraperitoneal platzierte Mesh-IPOM. Und Sublay und IPOM sind die beiden üblichen Netzpositionen für die Narbenherrnien-Korrektur. Warum man Narbenherrnien nicht einfach per Naht zunäht, ist klar, weil man dann ja das gleiche Verfahren, was einmal versagt hat, die Naht wiederverwenden würde. Und in der Situation ist das dann natürlich schlechter. Das kommt dann wieder zum Rezidiv und wieder zur erneuten Narbenhernie. Und das möchte man ja gerade verhindern und deshalb baut man Netze ein. So, jetzt kommen wir zu den Operationsverfahren. Sublay-Netzplastik, laparoskopische IPOM. Und wir beginnen mit der Sublay-Netzplastik. Hier dieses Schema zeigt einen Befund mit Narbenherrnien. Wir sehen hier den Bauchnabel, wir sehen den Rippenbogenrand und hier die Vorwölbung durch die Narbenherrnien. Der Eingriff der Sublay-Netzplastik beginnt mit der Wiedereröffnung der Haut. Dann wird die Subkutes gespalten und die Hernie dargestellt. Die findet sich bereits in der Subkutes. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht gleich reinschneidet. Und dann wird die Faszie dargestellt. Also das Graue hier, das soll das vordere Blatt der Rektusscheide darstellen. Dann haben wir hier den Bruchsack mit Peritoneum und hier haben wir eine weitere kleine Bruchpforte. Und wenn da so mehrere Löcher drin sind, dann spricht man vom Gitterbruch. So, jetzt erfolgt das Eingehen in die Bauchhöhle. Man kann so einen Bruchsack, wenn der groß ist und da im Weg ist, stört, abtragen. Man sollte natürlich nicht zu viel vom Bauchfell abtragen, denn man möchte das ja auch wieder verschließen. So, jetzt hat man hier das Gelbe, das soll das Omentum und die Darmschlingen darstellen. Da schaut man jetzt also schon in die Bauchhöhle hinein. Was man jetzt als erstes macht, ist, dass man die Rektusscheide rechts und links eröffnet und das hintere Blatt der Rektusscheide darstellt. Das ist jetzt hier in Dunkelgrau gezeichnet. Und Rot, das sollen die zur Ansicht kommenden Rektusmuskeln sein. Nochmal die Schichten. Subkutes, vorderes Blatt, Rektusmuskel, hinteres Blatt. Peritoneum und die Abdominalhöhle mit Omentum und gegebenenfalls Darm. So, jetzt wird zunächst mal das Peritoneum und das hintere Blatt der Rektusscheide mit Nähten wieder verschlossen. Und jetzt haben wir eine schöne Schicht, wo wir hinter den Rektusmuskel, aber vor das hintere Blatt, das Netz positionieren können. Also nochmal Implantation des Netzes vor das hintere Blatt, hinter den Rektusmuskel. Da wird so eingelegt und dann mit Nähten fixiert. Die Nähte sticht man lateralseitig durch den Muskel, durch das vordere Blatt, hinten zum Netz und wieder zurück und knotet das fest. Und dann erfolgt noch der Wiederverschluss des vorderen Blattes ebenfalls mit Nähten. Dann kann man noch Drainagen einlegen. Man kann auch unter die Faszie auf das Netz eine Redondrainage legen und lateralseitig ausleiten. Und man kann auch in die Subkutes noch Drainagen einlegen. Das ist immer wichtig, dass das Blut trocken bleibt. Allerdings bieten eingelegte Drainagen auch die Gefahr einer Infektion. Allerdings Blut ist natürlich auch immer ein Blutkuchen ungünstig. Nicht infiziert sich gerne, da fühlen sich Keime wohl. Also lieber das Trockenhalten und eine Redondrainage auf Sog einlegen. Eine spezielle Situation ist das hier. Was macht man, wenn das vordere Blatt nicht ganz zugeht? Also hier sehen Sie das in dem Beispiel oben und unten hat man es geschafft Nähte zu machen, aber in der Mitte liegt das Netz noch frei. Dann macht man ein sogenanntes Sublay Bridging. Sublay Bridging bedeutet, dass man das Netz dann hier noch mit Nähten befestigt an den freiliegenden Faszienränder, die nicht gelungen sind zu readaptieren. Das macht nichts, denn wir haben in diesem Bereich ja die Überlappung des Netzes und das bleibt dann trotzdem schön in Position und führt nicht zum Rezidiv. Natürlich ist es besser, wenn man die Faszienränder verschließt, aber wenn es nicht geht, kann man auch ein Sublay Bridging machen. Das eben gezeigt ist jedenfalls nicht das hier. Das sollten Sie auf gar keinen Fall machen. Inlay-Netzplastik, also ein Netz zuschneiden, dass es gerade in die Bruchlücke passt und dann Stoß auf Stoß da einnähen. Das ist obsolet, weil es genauso schlecht ist wie eine einfache Naht ohne Netzimplantation. Also einfach in das Niveau der Bruchlücke ein Netz einzunähen ist nicht gut. Kann man sich auch vorstellen. Also dann kann man genauso gut einfach nur eine Naht machen. Ja und dann ist der Eingriff auch schon zu Ende mit der Hautnaht und damit ist im Prinzip alles anatomiegerecht rekonstruiert. Der Bruchsack ist abgetragen und die Bauchdecke ist entsprechend anatomisch wiederhergestellt. Kommen wir jetzt zum laparoskopischen IPOM. Da ist einiges ein bisschen anders. Schauen wir uns jetzt an. Befund mit Narbenhernie, wie eben gezeigt. Gleiches Modell. Kennen Sie jetzt schon. Bauchnabel hier, Rippenbogenrand da und Vorwölbung durch die Narbenhernie. Wobei man natürlich sagen muss, im Liegen kann man meistens nur die Bruchforttasten. Aber die Vorwölbung ist natürlich nur da, wenn der Patient oder die Patientin sich aufrichten. So und jetzt laparoskopische IPOM. Macht man eine Trokarplatzierung im Bereich der Flanke. Das ist natürlich etwas schwieriger als am Nabel oder im Oberbauch Trokare zu platzieren. In der Mittellinie, also in der Flanke. Da muss man ja durch einen etwas dickeren Muskelmantel bereits durch. Und das ist nicht so ganz einfach, da Trokare zu platzieren. So, jetzt führt man eine laparoskopische Exploration durch, führt gegebenenfalls eine Arthesiolyse durch, identifiziert die Bruchforte und die malt man sich auch auf der Bauchdecke auf. Denn man muss dann eine Planungsskizze machen, um ein Netz zu planen, dass wir die vernünftige Überlappung zu allen Seiten, so drei bis fünf Zentimeter mindestens, hinbekommen. So, und dann bereiten wir uns ein IPOM-Netz vor. Das muss ein beschichtetes Netz sein, nur beschichtete Netze erlaubt, denn die Beschichtung muss Richtung Darm orientiert werden. Sonst kann es zu schwerwiegenden Verwachsungen mit dem Darm und entsprechendem Ilius, Darmverschluss oder auch Penetrationen in den Darm mit Perforationen kommen. Dazu legt man dann Fäden vor an dem Netz in korrekter Orientierung. Und dann hat man diese Fäden vorgelegt. Dann bringt man das Netz in die Bauchhöhle ein und diese Fäden werden dann nach außen durchgefädelt. Dazu müssen wir aber wissen, wo wir die Nähte jetzt durchfädeln sollen. Und deshalb machen wir uns jetzt eine Planungsskizze auf der Bauchdecke. Laparoskopisch kontrolliert von innen, wo ist die Bruchpforte. Bruchpforte einzeichnen. Netzposition einzeichnen. Und dann die Position markieren, wo jetzt die Nähte durchgestochen werden sollen. So, und hier ist jetzt das Netz schon in die Bauchhöhle eingebracht und korrekt positioniert. Dafür rollt man das Netz ein und schiebt es durch einen 10 mm Druckar durch. Vorzugsweise macht man irgendwo mit einem sterilen Stift eine Markierung hin, dass man weiß, wo oben und unten ist und welche Seite zum Darm und welche Seite zur Bauchwand, zum Peritoneum hin lokalisiert werden muss. Und dann werden einzeln diese Nähte durch die Faszie hindurch gestochen. Und das funktioniert mit so einer sogenannten Stichahle. Das ist so eine Nadel, die unten einen Greifer hat. Und mit diesem Greifer holt man sich einzeln den einen und den anderen Faden dann durch und sticht ihn durch die Stichinzisionen auf das Faszienniveau. Der Knoten kommt also auf dem Faszienniveau zum Liegen. Und da müssen wir hinterher nur noch Hautnähte machen und die Wunden wieder vernähen. Und diese Methode, wie gesagt, nennt sich Transparieto-Kutane-Netzfixation. Sie können sich schon denken, dass das ein bisschen problematisch sein kann. Diese Nähte können recht wehtun. Da beklagen die Patienten doch öfter mal Schmerzen nach dem Eingriff und brauchen eine vernünftige Analgesie. Sollte man überhaupt immer darauf achten, dass Patienten, die man operiert hat, eine ausreichende Analgesie haben? Schmerzen sollen nach einem Eingriff möglichst niemand erleiden. Das ist oberste ärztliche Aufgabe natürlich. So und dann, wie schon gesagt, Trokare entfernen unter Sicht und sowohl diese Stellen, wo man die Transparieto-Kutane-Nähte gemacht hat, als auch die Trokarstellen müssen mit Nähten wieder verschlossen werden. Das war das laparoskopische IPOM. Ein Problem, sehen Sie jetzt schon, die Beule da außen, die ist gar nicht weggegangen, weil wir haben die Bruchpforte ja gar nicht verschlossen. Das wird oft weggelassen bei der Chirurgie. Laparoskopisches IPOM-Eingriff werden oft die Bruchpforten gar nicht verschlossen, weil das technisch gar nicht mal so einfach zu bewerkstelligen ist auf laparoskopischem Wege. Und deshalb wird oft darauf verzichtet und einfach nur eine Überdeckung der Bruchpforte vorgenommen. Und das kann dann zum Pseudorezidiv führen. Patient denkt, ist gar nicht operiert worden, weil die Beule geblieben ist. Die ist zwar von innen gut überdeckt mit dem Netz, aber der Patient, was den interessiert, ist natürlich, wie es von außen aussieht. Man muss den Patienten klar machen, dass es keine kosmetische Operation ist. Es geht nicht um Kosmesis. Es geht darum, zu verhindern, dass was einklemmt. Es geht darum, zu verhindern, dass es größer wird. Vorwölbung durch Narbenhernie persistiert als Pseudohernie. Und das ist ein Problem vom laparoskopischen IPOM. Vergleich der Operationsverfahren. Laparoskopisches IPOM versus Subline-Netzplastik. Beim laparoskopischen IPOM haben wir dann, wie gesagt, den technisch schwierigeren Bruchpfortenverschluss, der bei der Subline-Netzplastik routinemäßig problemlos gemacht werden kann. Und beim laparoskopischen IPOM dadurch als erstes Problem die bereits genannten Pseudorezidive. Die Netzposition ist beim IPOM natürlich intraperitoneal. Sublay, wie der Name schon sagt, der Sublay-Raum. Vor dem hinteren Blatt, hinter dem Rektusmuskel. Und durch die intraperitoneale Nage des Netzes haben wir natürlich das Potenzial für Verwachsungen mit dem Intestinum trotz Verwendung beschichteter Netze. Und es sind auch mehr Darmläsionen und Läsionen anderer intestinaler oder intraabdomineller Strukturen bei der Präparation beim IPOM beschrieben. Das Netzmaterial, schon genannt, nur beschichtete Kunststoffnetze beim IPOM. Beim Sublay kann man ganz einfache Kunststoffnetze verwenden. Somit ist das IPOM auch etwas teurer. Die Netzfixierung ist etwas problematischer beim laparoskopischen IPOM, sagt man zumindest. Die Transparietokutanen-Nähte tun etwas mehr weh. Und außerdem werden ja manchmal noch Tacker verwendet, um so ein Netz zu befestigen. Die werden da auch in die Bauchwand reingeschossen, Spiraltacker oder solche Klammern. Auch die können für Schmerzen verursachen. Und bei der Sublay-Netzplastik hat man tendenziell etwas weniger traumatisierende Fixation. Obwohl das natürlich klar ist, so eine Operation im Bereich der Bauchdecke, die tut natürlich weh. Und es ist natürlich vornehmste Aufgabe von Arzt und Ärztin, sich um die Analgesie bei Patienten zu kümmern. Also als Chirurg ist die wichtigste Sache natürlich postoperativ in der perioperativen Medizin, dass man den Patienten die Schmerzen nimmt. Schmerzen, Muskeln, Nervenverletzungen, das sind auch Probleme, die man dem laparoskopischen IPOM nachsagt. Aber die Datenlage, die ich gleich noch zeige, ein bisschen, spricht ein bisschen eine andere Sprache. Da kommt das IPOM gar nicht so schlecht weg. Das ist hier zum Beispiel diese Analyse, laparoskopisches IPOM versus offene Sublay-Technik bei der Narbenhernie, Registerstudie, das sogenannte Hernia-Med-Herrnienregister, analysiert von 2009 bis 2016. Propensity-Score-Matching, da sind also Matched-Pairs gebildet worden, insgesamt 9907 Patienten eingegangen. Und dann sind Patienten aus der Gruppe, 4110 Patienten LAP-IPOM, 5797 mit Sublay zusammen gematcht worden, also gleiche Paare zusammengepackt worden und dann analysiert worden. Und man hat 3965 Pärchen bilden können, also 96,5 Prozent der Patienten waren regelrecht zu matchen und dann zu analysieren. So und dann kam raus, postoperative chirurgische Komplikationen, mehr bei der Sublay-Netzplastik, 10,5 Prozent versus 3,4 Prozent. Reoperationen wegen Komplikationen, mehr bei der Sublay-Netzplastik, 4,7 Prozent versus 1,5 Prozent. Postoperative Allgemeinkomplikationen, mehr beim Sublay im Vergleich zum laparoskopischen IPOM, 3,7 versus 2,5 Prozent. Was sind das für Komplikationen? Infektionen in der Regel, Serome, Blutung. Und dann die intraoperativen Komplikationen, da ist das IPOM etwas schlechter, 2,5 Prozent versus 1,3 Prozent. Auch ein signifikanter Unterschied. Und die intraoperativen Komplikationen waren dreierlei Blutung, Organläsionen und insbesondere Darmverletzungen. Aber hinsichtlich Rezidivrate und Schmerzen nach einem Jahr Nachbeobachtungszeit kam zwischen beiden Verfahren kein signifikanter Unterschied heraus. Diesbezüglich scheinen die beiden Verfahren gleichwertig zu sein, gemäß dieser Analyse. Sie wissen jetzt die korrekte Nomenklatur der Netzpositionen, Onlay, Sublay, Underlay, IPOM und Sie wissen auch, was ein Inlay ist und sogar ein Sublay Bridging. Das ist nicht unwichtig, da selbst unter Chirurgen teilweise ein Wildwuchs besteht, was die Nomenklatur angeht. Dies hier ist die offizielle und gültige Benennung der Netzpositionen und die sollte man auch verwenden. Sie wissen auch, dass Onlay und Inlay keine gute Wahl darstellen und eigentlich als obsolet zu betrachten sind. Onlay wegen des Blowout-Rezidivs und Inlay, weil es eigentlich nichts anderes ist, wie als wenn Sie das Stoß auf Stoß mit einer Naht versorgen würden. Sie wissen, dass die Narbenhernie mit Netzimplantation in Sublay-Position oder als IPOM versorgt wird. Und Sie kennen die Nachteile des IPOM bei allerdings Gleichwertigkeit mit dem Sublay nach Datenlage. So und jetzt kommt noch der Appetizer-Nachschlag für die chirurgisch besonders Interessierten. Da gibt es zum Beispiel zu erwähnen eine neue Technik, die möglicherweise im Kommen sein wird. Hier publiziert in Annals of Surgery das MILOS-Verfahren, Mini or Less Open Sublay-Technik. Und diese Technik soll die Vorzüge von dem laparoskopischen IPOM mit den Vorzügen der Sublay-Netzplastik vereinen, dadurch, dass man das so kombiniert durchführt. Erstmal kurz theoretisch, was wird da gemacht? Ein kombiniertes Verfahren, offen und minimalinvasiv. Erst offene Phase, offene Präparation der Hernie über eine kleine Inzision, Peritonealverschluss. Zweitens Fortsetzung als MIG-Operation, Komplettierung der Präparation und dann Netzimplantation in den präperitonealen Raum. Also auch in die Wandschichten und nicht in die Bauchhöhle. Und das erfolgt in Analogie zur TEP-Operation, die total extraperitoneale Plastik bei der Leistenhernie. Und die haben Sie eventuell schon kennengelernt, wenn Sie dieses Video angeschaut haben. Das ist das Video zur Leistenhernie und das ist das erfolgreichste Video hier auf dem Kanal. Das hat nämlich 10.628 Aufrufe seit der Veröffentlichung, seit 07.01.2021 und 327 Likes. Und da ist wie gesagt die TEP-Operation anhand dieses hier unten gezeigten Schemas erläutert. So, jetzt also dann das Milos-Verfahren für die Nabenhernie. Mini or less open Sublay. Hier eine vereinfachte Darstellung, wieder in diesem Schema. Zuerst erfolgt die offene Präparation des Hauptteils der Hernie über eine kleine Inzision. Da wird also in die Sukkutes vorgegangen und die Haupthernie präpariert, der Bruchsack dargestellt. Und dann erfolgt die Abtragung des Bruchsacks und die Darstellung des Faszienrandes. Dann wird die Peritonealnaht vorgenommen. Und dann erfolgt die Platzierung von Trokaren durch die Bauchdecke im Bereich der Hernie. Dann wird der Hautverschluss vorgenommen und die Operation als minimalinvasive Operation, die sich in der Bauchdecke bewegt, fortgesetzt. Ja, und dann erfolgt noch die Netzimplantation in diesem Raum. Da wird das gerollte Netz wieder eingelegt und dann in die richtige Schicht ausgebreitet. Ja, und dann erfolgt die Trokar-Entfernung und die Hautnaht im Bereich der Trokar-Insertionsstellen. Ja, wie schon vorweggenommen, soll dieses neue Verfahren die Vorteile von Lab-IPOM und Sublay-Netzplastik vereinen. Die ersten Ergebnisse sind ja vielversprechend. Allerdings ist das ja immer so. Wenn neue Techniken kommen, werden die mit sehr großem Enthusiasmus berichtet. Und in der breiten Praxis und in Studien müssen die sich natürlich erst mal bewähren. Ja, das war er, der 50. Jubiläums-Appetizer. 49 plus 1 Videos haben wir. 21 Stunden, 55 Minuten, 11 Sekunden Watchtime für sämtliche für Sie relevanten Videos. 109.859 Aufrufe, Views und insgesamt 5.333 Likes. Vielen Dank dafür von insgesamt 2.944 Abonnenten. Ich freue mich auf die 3.000. Ja, 50 Videos haben wir. Die Serie geht weiter, wird fortgesetzt, ist versprochen. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal und nutzen Sie auch die Kommentarfunktion. Vielen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal.